Hey und ganz herzlich willkommen zu einem erneuten Guess the Trigger Video. Das wollte ich ja schon seit längerer Zeit jetzt mal wieder filmen und heute ist es endlich soweit. Ich werde das Video direkt auf Spotify hochladen. Dort gibt es einige neue Alben und ich werde das immer wieder jetzt regelmäßig updaten. Also schau dort sehr gerne vorbei. Ich würde mich total freuen. Und ja, frag mich nicht, was das hier ist. Ich kriege es irgendwie nicht hin, diese Space Buns gleich hinzubekommen. Also, dass beide Seiten gleich sind, aber egal. Wir sind ja hier unter uns, ne? Und ich habe hier einige Trigger liegen. Wirklich einige. Ich weiß noch nicht, ob wir alle nehmen. Mal schauen. Aber ich starte gleich mal mit dem ersten. Also, mach es dir gemütlich, lausche den Sounds und rate schön mit. Da bin ich sehr gespannt und du den Trigger errätzt. Ich mach es dir in die gleiche. Die Trigger ist vielseitig einsetzbar, man kann tapping, man unscratching. Die Trigger ist vielseitig. Die Trigger ist vielseitig. Ich löse mal auf, es sind diese Mundholzstäbchen, ich weiß gerade nicht mehr, wie man die nennt. Und ich meine, Spatel oder so, ja auf jeden Fall waren das diese Dinger hier. Okay, das war erst der Anfang, wir machen mal weiter mit dem nächsten. Bis zum nächsten Mal.